So, ich esse jetzt noch ein, das da, eins und ein Pommes, so, shut up da unten, echt, wie tief muss ich für Redstone, das ist alles ganz schwer, oder? Ich will dir was schönes kredenzen, die, ja, die Zuschauer haben es wahrscheinlich schon gesehen, dass ich dir kredenzen will, du wahrscheinlich dann auch, aber, nee, du noch nicht, aber du siehst, nein, du siehst das ist jetzt bevor es die Zuschauer sehen, okay, ich war gespannt. Ich treff bestimmt gleich wieder auf so eine Höhe oder so, oder? Oh, shit. Ich muss mir ja gerne vor. Die Höhe runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Die Höhe runter. Und dann gleich rechts und links. Oof, das ist 35, oder? Guck mal bitte ... Was ist 35? sind 32 jetzt. 31 jetzt 30. Hast du eine Fackel dabei? Nein. Hast du? 20. 20. 30. Ich weiß nicht, wie ich meine Redstone runter muss. Ich glaube, wir müssen manchmal links fallen. Warum kotzt du mich an mit Wackel? Ja, welche Höhe sind wir? 15, 14 jetzt. 13. Please make it light. Eigentlich steht die Höhe für Diamanten. Ja, die Redstone ist doch auf der Höhe der Diamanten. Sind wir denn jetzt schon 12? Ja. Ne, wir sind 13. Ach so, ich dachte, du gehst noch eins hier runter. Ja, ich geh's halt. Aber 12, 13 ist doch gut. Gehst du in die andere Richtung? Wir brauchen Redstone. So. Eine Spitzacke. Ich hab auch eine. Ah, ich hab schon Redstone. Ah, ich hab Gold. Not. Respekt. Hold. Fertig. Ich bin schon mal gespannt, wann der Erste anfängt von uns zu singen. Ich hab... Ich hab die... Ja, hallo, singen? Nein. Singen, singen. Das kann ich also singen, nein. Singen, doch, du musst es sagen, sonst bringt es Unglück. Was denn? Oh, babe, mach jetzt. Wir werden nie wieder Diamanten finden, wenn sie es nicht machen. Oh, babe, 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 oh. Ja, das ist immer so ein kleines Uh. Das ist irgendwann noch. Findet ihr Diamanten, weißt du? Ich hatte das im Gefühl, dass sie irgendwo Diamanten sind und er findet sie echt. Ich hab fünf Stück. Fünf. Fünf, ja. Ja, das reicht. Ich hab Salz. Ich hab Salz. Salz von mir, die Pommes und Redstone. Und Platz ist la Polin. Geil, oder? Da kannst du eigentlich schon mal fast dann verzau- ich hab dich schon gesehen. Verzauberungstisch da. Äh, du brauchst noch Bücher dafür. Wir haben feier jede Menge Leder, ne, also. War auch kein Zucker, du. Doch, das haben wir doch hinten angepflanzt. Ich. Oh, Gott. Ja. Das ist Noghurt. Die Treppen. Ich stehe vor, du müsstest jeden Tag RL solche Treppen so hüpfen rauf. Hast du, hast du, hast du, hast du nach einem halben Jahr warst du in so dicke Muskelbeine. Ach, es ist schon wieder dunkel. Echt? Jetzt schon wieder? Mhm. Wohl. Ach, Quatsch. Was denn? Wo ist denn das Zucker? Da hinten. Jetzt könnten wir hier eigentlich auch... Ja, komm, so dunkel ist es jetzt noch nicht, dass du pennen musst. Doch, doch. Natürlich. Schau mal, ne, warum hast du da nichts? Warum hab ich was, wo nicht? Ach, nichts, so gut. Ich hatte halt noch... Ich hatte noch keinen Stein. So viele Steine haben wir nicht dafür. So, was ist das Zuckerrohr? So, was ist das Zuckerrohr? Oh, ich bin mal schnell unterwegs. Ich hatte noch keinen Spaß. Pennen. Wohin? Tu, nach getaner Arbeit muss ich mein Schwert hier hängen. Das ist echt... Boah. Und meine Axt und meine Schaufel. Ach, das ist... Das sieht super cool aus. Na, Creeper! Ich hab keine... Ich hab nichts mehr. Da hat sie mal seine Sachen weggepackt. Ja, nach getaner Arbeit... Hier, erstmal Licht überall machen hier. Fuck, gewascht. Überall fackeln. So. Hey, das ist mein Bett. Ja, ich pupse es jetzt voll. Pupse es Steins voll jetzt. So, Diamanten, was ich sollte... Hab wieder vergessen, was ich da mitmachen soll. Oh, Zauberfertisch. Zauber... Zauberter Ersatz. Was soll das sein? Zütti. Hä? Ich putz mir gerade meine Nase, sonst schnief ich noch. So gut. Wo haben wir denn jetzt, äh... Zucker, oder? Oder? Da draußen. So, ich dachte, du hast dann abgebaut. Wir sind nur zehn gefahren. Wir sind irgendwann fertig gebaut. Ja, das ist... Danke, da musst du noch wohl auf dem Tisch warten. Echt? Auf jeden Fall? Oh, wie süß. So sehen unsere Tomaten ausgewackene Tomaten. Oh, Baby. Baby, Baby. Oh, ich pack hier alles in die Truhe. Äh. Tee. Was ich nicht brauche. Tee. Es gibt manche Sachen, die wachsen so extrem langsam. Ja, du musst noch mal lesen, denn manches wächst ja, äh, schneller, manches langsamer. Kommt drauf drauf an, in welchem Gebiet die, gebührend du bist. Gehirn. 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 We have no glass. In the air, putsch your hands up. Ach, da ist noch mal. Ach so, süße, süße Kartoffeln sind nach drei Tagen 14%. Okay. Wir brauchen den Salat. Closed on wäre cool. Als Lampe meine ich. So. Ich hab doch jetzt alles. Gully stone. Glow stone. Gully stone. Du hast gesagt, du brauchst Brot für irgendwas. Ich hab schon. Oh no, jetzt hab ich das Redstone weggepackt. No. Ich brauch das Redstone. So. Passt auf liebe Zuschauer. Ich bastel jetzt was. Und der Sepp weiß noch nicht was. Komm jetzt rein und gucke. Nee. So. Und jetzt. Hä? 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 Echt jetzt? Hä? Darf ich rein kommen und was weg packen? Hm. Ja. Ja. So. Wo ist denn jetzt? Essenstrauen wir immer noch nicht richtig? Hä? Hä? Nein. Weg hier aus der Küche. Entschuldigung. Ist ja schon weg. Ja. Diese Männer. Die so ungeblöden sind. Was meinst du jetzt hier? Ich hab gar nichts gesagt oder gemacht. Brauchst du was tolles? Warum will das verfickte Treppenteil nicht? Ey, warte mal mit dem Werkzeug hier, ne? So, der Sepp ist ja der Bauer hier, so, das ist Sepp sein Werkzeug hier alles, und das obere gehört mir, weil das... Oh, lol, wie geil die Ananas aussieht, muss ich mal herauskommen und gucken, wie groß die Ananas aussieht. Du hast mein Werkzeug, dein Werkzeug... Nein, du kommst doch nicht rein! Wo willst du da rum? Kannst du mir ein paar Knochen rausschmeißen? Wo sind denn Knochen? Keine Ahnung, hast du keine Knochen aufgesammelt? Zwei. Hey, du darfst sie dir aber gerne holen, warte, warte. Komm. Bin unterwegs. Gut, gut. Dankeschön. Augen zu. Ich fühle dich. Komm. Was? Achso, ich darf gucken. Okay, ich mach Augen zu, aber da musst du mich fühlen. Ja. Ein bisschen nach links drehen. Oh Gott. Ähm, ja, lauf mal. Stopp! Einmal drehen nach rechts. Stopp! Und jetzt geradeaus. Ja, ja, ja. Und jetzt darfst du das Augen aufmachen. Ach, wie cool, Keksdose. Oh, lecker. Darf ich mir einen Keks rausholen? Ausnahmsweise. Dankeschön. Ach du Scheiße. Äh, ich bin gespannt. Ich hab doch da so viele Steine. Oh, wie cool eine Keksdose. Ist ja cool. Ach, wie süß von dir. Dankeschön. So, ich helfe jetzt dem Seth ein wenig. Ey, gib mir mein Dirk. Das sieht cool aus, der Keksdose. Ich helfe jetzt dem Seth. Oh, ich hab was vergessen. Das Wichtigste. Ach, wie süß die aussieht. Schick, gell? Dankeschön. So. Lassen wir hier mal die Pflastersteine machen. Ich freu mich echt schon drauf, was wir noch alles so erkunden. Ich auch. Ich bin echt gespannt. Was da noch kommt. Ja, ach, die Keksdose war super süß. Ja, ich weiß. Ich bin super süß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Die stimmt aber, ich weiß nicht. Guck mal hier, die Ananas ist falsch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich Alkohol. Wie es aussieht. Ich komme sofort. Weil der Seth hat einen Fehler gemacht mit den Feldern. Das habe ich denn nur gemacht? Das habe ich einen Fehler mit den Feldern gemacht. Ja, weil normalerweise zwei Steine in der Mitte. Ja, hier ist ja die Mitte. Oh, hier sind zwei Steine. Da oben, nur da unten, nicht mehr. Dann kannst du nämlich hier auch noch ein Feld hinbauen, weißt du? Do you know? I know, I know, I know. Dann kannst du jetzt noch drei Felder bauen, dann siehst du nämlich, ähm. Ja, weiß schon. Weil hier fehlt irgendwie das Wasser. Wo? Oder wollen wir hier kein Wasser? Wollen wir hier auch Pflaster steigen? Nein, hier ist ja der Weg. Ja, das ist der Weg zwischen denen. Ich lasse ein Feld frei, weil hier, jeder, äh, es sind gleiche nebeneinander Felder. Jeder Feld ist verschieden. Das Feld. So, wo ist Anni? So, wo ist Anni? Da. Uuuuuh. Guck mal. Sind die fertig? Ja, die kannst du abbauen. Da sind zwei rausgekommen. Ey, darf ich eine essen? Ja. Eine essen und eine pflanze ich. Wenn du gehst. Ja. Ey, wir können auch was cooles. Okay, hast du schon abgefuttert. Hups. Mach. Hier, der Baum muss weg, damit du das Feld noch bauen kannst. Richtig? Ja, ja. Aber jetzt, oh, also wieder so in diesem Baum. Ja, das müssen wir eigentlich nicht machen. Boah, das ist noch ganz schön viel Arbeit hier. Puff. Lassen wir aber. Machen wir. Hä? Gucken wir natürlich. Ich glaube wir machen das hier mit Gennen. Das ist Stein, weil... Der, ähm... Boah, jetzt wird es schon wieder dunkel. Gut, ne? Ja. Nein. Alter Vater. Knapp. Ne, die Felder sind kaputt. Alter, warte. Komm, lass uns schnell schlafen gehen, bitte. Das schöne, das schöne Feld ist kaputt. Ja, entschuldigung. Schöne Feld. Ahhhh. Und mein Schwert mitnehmen. Geht es hier nicht weiter. Schwert. Nein. Habe ich jetzt was rausgeschlagen von dir? Oh, ein Zombie. Vielleicht ne, ich sag mal so. Oh nein. Ach du Scheiße, das sind nicht viele Creeper. Ich komme. Ich komme. Wo? Wo? Lauf weg, lauf weg! Wir müssen die Höhle unbedingt zumachen. Weil aus der Höhle kommen die alle. Wir müssen die komische Höhle dazu bei euch zu stopfen. Die kommen da raus. Da war noch einer. Hier, das zu. Ja. Die kommen da raus. Die brauchen Erde. Pass auf, dass es nicht runterfällt. Hast du genug Erde oder soll ich was Erde mitbringen? Ich hab genug Erde, glaube ich. Muss man halt immer aufbuddeln, wenn wir runter wollen. Aber die mal so anstatt in die Luft zu fliegen. Ja. Ja, sorry. Das ist... Ja, mach. Oh. Wir haben noch. Jetzt haben wir noch zwei Rhabarberrauffordern. Was haben wir? Das ist ein Rhabarberfeld. So, lieber Sepp. Wir müssen halt noch Schilder machen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal hier die Bäume klatschen. Oh Gott. Und dabei können wir uns unterhalten, was wir noch planen. Also, wir müssen Schilder machen. Wir müssen die Pflasterwege noch machen. Dann würde ich sagen, wir nehmen die Genesis-Pflastersteine, weil... Die gibt's eigentlich am meisten da unten gleich. Wir müssen ja auch das nehmen, was in der Nähe ist, ne? Ähm... Unser Haus müssen wir endlich fertig bauen. Wir müssen unsere Truhen sortieren. Oh Gott. Wir müssen unseren Truhen-Keller machen. Oh Gott. Ähm... Truhen-Keller? Naja, Truhen-Raum. Äh... Wir müssen ein bisschen vielleicht Eisen farmen, dass wir mal ne Eisenrüftung haben, weil... Wir spielen ja nicht auf Peace-Full. Ähm... Ähm... Dann wollen wir ja nochmal weg auf Touren gehen. Weil es gibt ja noch mehr verschiedene Hölzer. Dann würde mich gerne interessieren, wie man diese... Weißt du noch, wo wir da bei diesem Gärtner waren im Livestreet? Ja. Der hat doch so... Ähm... 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 So schwarze Zäune. Da müssen wir mal schauen, wie die gehen. Da sind kleine schwarze Gitter da. Ja. Ja. Dass wir die vielleicht auch so rum der Beete machen. Dass da halt niemand mehr drauf batscht. Wie Zombies. Da müssen wir halt gucken, welche Laternen am besten sind. Die schwarzen wären schon nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht... Ich find die nicht im... Ich... Ich... Wir pflanzen erstmal keine Bäume mehr an. Und die Bäume kümmer ich nicht dann. Ei. Ähm... Ja, die weltweit erkunden. Vielleicht finden wir ja noch coole Bauwerke oder so. Und bestimmt, es gibt ja noch Gegner. Ich hab ja gelesen, es hat so nach Phantoms und so gegeben. Wäre ja gar nichts davon gesehen. Ja, vielleicht ist das so mehr Krölen-Dungeon. Weißt du, so... Ähm... Da gibt's so solche Dungeon, wo es auch Enderperlen gibt. Wir haben ja einen Einsatz, da kannst du die, meine ich schon... Ah, ach so, okay, ja. Bestimmt. Oder vielleicht dann im Neta. Waren wir ja dann auch noch nicht wirklich. Wir müssen äh... Wir müssen äh... Hier, Diamanten haben wir ja. Wir brauchen das Neta-Portal. Naja, ich würd noch nicht ins Neta-Portal gehen, weil... Weiß nicht. Erst wenn ich volle Rüstung habe... Erst wenn ich volle Rüstung habe... Ähm... Ich weiß nicht, was da auf uns läuft, ne? Ist schon. Dann gleich alles hier einsammeln, dass sie... Die... Die... Die roten Blätter nicht... Die zwei Blüten da... Die da... Die Ahornblätter-Dinger... Der Baum sieht ja auch geil aus mit so hängendem Ding. Guck mal. Der hat hängende Blüten. Ja, was? Ja. Welcher? Der. Ah, okay. Cool. Weidenholz. Was ist denn das für ein Baum? Weide. Weidenholz. Tannenholz. Okay. Also, irgendwie wachsen wir gar nicht. Manche Sachen gibt's, die wachsen gar nicht. Äh, die wachsen sehr, sehr langsam. Ja. Hm? 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 Wir warten noch bis das alles so rumkotzt ist. Wie sieht's denn mit Kühen füttern aus? Hab ich grad... hab ich vorhin gemacht. Also Weizen haben wir ja nicht. Das Weizen wächst aber auch sehr langsam. Hä, ich dachte, ich habe jetzt die Fackel aufgehoben. Fackel. Ja, und wie stelle ich die her, das wird nicht gesagt, oder was? Was? Die Fackel? Die Fackel, ja. Oh, sie ist ja leuchtig, oder? Ja, und wie stelle ich die her? Ich weiß nicht. Was ist denn das? WTF? Ich suche gerade mal, warte mal. Was ist denn das eigentlich? Ich finde das gar nicht, was... Was ist denn das? Vielleicht gibt's nicht... Äh, vielleicht... Was? Vielleicht gibt's manche Gegenstände, die kann man nicht herstellen, die muss man finden. Verstehen? Nein. War das vielleicht Iron Fences? Robed Iron Fences? WTF? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das? Da gibt's so viel, was wir nicht wissen. Was ist denn das? Was ist denn das? Gartenlaterne? Ja, da braucht man dieses Iron, aber... Okay. Puh. 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 Hättem πο sind sie mitgenommen von dem Penador. Puh. Puh. Hur. Puh. No. Puh. Puh. Ja, schau. Ja, werden wir bestimmt noch finden. Mann, Alter. Schon wieder Nacht, lass uns schlafen. Ja, ja, bitte. Ja, bitte. Ich sagte, ja, bitte. Bitte. Ja, ja, bitte. Dann. Was? Nein, mate. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Prozent Prozent das ist Matsch die Klinik wir wachsen gar keine bäume aus und diese kompost haben wir hier wir haben kompost hi hallo hast du hier warum Ich hatte doch viel mehr von dem Graffel. Gravel, hier ist noch 6 Kies. Kies ist noch Gravel. Und Stein. Da sind die Bücher immer noch nicht schnell weg. Ich weiß nicht, Sepp. 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 Ich habe Hunger. Hä? Ich habe gerade Hunger. Nimm mal 2 Pommes, wenn ich darf. Achso, ich dachte, du wolltest Erde. So, Erde, ja, auch noch. Wo haben wir überhaupt Erde noch? Äh, ja. So, 22 Erde haben wir noch. Echt? Mh, ja. Mehr haben wir nicht mehr. Doch, hier nochmal 26. Jetzt ist es. Jetzt ist es cool. Was? Echtlich? Aber hier. Ach, ist das schön. Süß. Ach, ist das süß. Ach, ist das süß. Okay. Gut, dass ich nichts sehen kann. Echt jetzt? Nö, wenn wir es sehen. Dann mach mal du eine Pflanze da rein. Kann ich auch Radiesse rein tun? Nee, hier sind noch die Pflanzen. Weiße Windbröchen. Mach mal das nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich sehe halt nichts, was du rein tust. Ach, ich sehe mal. Siehst du was ich schon reingetan? Siehst du was Weiße? Perfekt. Ja, vielleicht wenn wir neu starten. Mhm. Das ist cool, ja. Schick, ne? Schicke, schicke, schicke. Wir haben echt keine Erde mehr. 19 habe ich schon im Winter. Das wächst hier auch irgendwie, ne? Keine Ahnung. Mhm. Ist der Baum jetzt hier weg? Achso, ich brauche eine Axt dafür. Ne, immer noch nicht. Ist der Baum? Achso, ich brauche eine Axt dafür. Ein Shutup da unten. Echt? Nein, Gott. Ja. Nur diese knackenden. Äh, Eisen. Der war super wunderschön aus der Küche. Die Küche. Ja, ist noch veränderungsbedürftig. Aber, wir wissen ja nicht, wie alles funktioniert. Aber, wir wissen ja nicht, wie alles funktioniert. Ja. Es wird schon wieder dunkel. Es wird immer schnell dunkel. ich weiß auch nicht wie der Nacht, Tag, Psycho ist irgendwie so komisch also es wird immer mehr schneller Nacht, oder es ist länger Nacht wie es Tag ist Sender, ja hier bist du, bleibst inzwischen Alter, was ist denn das? Eggplant, ok da kommt schon wieder was Ah ja, Pflanzen Eggplant, ja viel Spaß weg wieder anzulecken Bist du noch da? Ja, aber mein Dingsschlitz wird abgeschützt Mh Dann können wir hier rein theoretisch schnell pennen gehen, oder? Mh Ok Mh 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 Nehmen wir noch mal auf? Ja Mh 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 Das ist ein Skelett. Ich dachte immer, es schwimmt da hinten im Wasser. Das ist ein Skelett. What the f**k? Ah ne, der... ein Pops Was? Achso Mhm Ja, es sieht langsam wohnlich aus Ups Doch Jetzt auch gleich Ja, einen kleinen Sackgestalter Mal folgen lassen, dann haben wir es alles Ah huch Ja, das dauert schon noch Da ist immer noch was Ne, ne, das geht nicht langsam Achso Achso Was ist denn das hier? So Würde ich sagen, wir setzen uns mal einen Küchentisch Mhm Echter Pfefferling So, dass keine jungen Besucher kommen Hi Schön da draußen, oder? Hallo Wunderschön Aber dann würde ich sagen Ja, dann würde ich sagen Wir machen eine kleine Pause Ich hoffe unsere kleine Session Hat euch gefallen Hat euch gefallen Lasst mir immer einen kleinen Kommentar Ein Like, ein Däumchen nach oben Ein Abo da, wenn es euch gefallen hat Genau Und was wir beim nächsten Mal machen, haben wir ja soweit erzählt Und ja Wir sagen Danke Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao